Dieses Turnier ist natürlich nur so gut, wie die Zuschauer gut sind. Wir kommen jetzt zum Wichtigsten. Wir kommen zu euren Kindern, zu unseren Kindern, die wir aus Tradition heuer bereits zum vierten Mal mit großem Parah und großem Bambam begrüßen. Ich bitte um eure Unterstützung. Schauen wir mal, welcher Verein die meisten Fans mit hat. Die lautesten Fans mit hat. Drenkwalder Abmira mit den Trainern Helmut Kimi von Wiener Brunner. Wo ist die aus Wiener? Wo sind die aus Wiener Fans? Wir begrüßen aus Favoriten den SK Austria Wien mit Patrick Heffauer und Mohamed Ravelzi. Wo sind die aus Wiener Fans? Die heimische Mannschaft, der SC Leo Volksdorf mit Norbert Schilder und Fritz Schneider. Aus Stecher, Thomas Pöstenberger mit dem SV Stechert. Gestern waren sie mit einer riesen Fahne da. Wo ist heute der Anteil des SK Rabin? Die Burschen wie David Huber und Markus Pumka sind da. Die Burschen wie David Huber und Walter Bremen für die Forschung der Wiener. Die Burschen wie David Huber und Robert Rundt Poppik sind da. Gestern ist der Koma-Krass des Herzenukommens-Storff-Krass. Und von Wiener Sportjub mit Wiener Radarsnipp und Akku Winzei. Herzlich Willkommen, OC! Und das, was man liest aus der ganzen Nähe von Fösendorf, Markus Nebauer, Philipp Roth und IOT Mauts-Fösendorf. Riesenapplaus für alle Mannschaften! Riesenapplaus für alle Mannschaften! Riesenapplaus für alle Mannschaften! Riesapplaus für alle Mannschaften! Riesenapplaus für alle Mannschaften! Riesenapplaus für alle Mannschaften! Wir sehen Sie am Dialog! Wir sehen uns beim nächsten Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.